Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Lock den Creeper, äh, Mein Kampf. Ey, was machst du da unten? Machst du wieder? Ey, was wird denn das? Ich hab zwei Creeper im Schlepptau. Ja, ich seh schon. Vor euren Haustüren. Ah! Hey, Cudi. Du fieser Möb, du. Das aussieht. Ja, ne? Der ist so ein gemeiner Wicht. Bringe ich in den Stall. Wäre mal in der Oparide geblieben. Der kann ja über den Zaun rüberspringen. Sag das doch. Was machst du, ey? Ja, weil da halt außen eine Blätterwand ist. Über den Zaun kommt der nicht rüber. Wow, sorry. Och, nö. Der zweite, da stand wirklich einer jetzt vor deiner Haustür. Ach man, ich hab keine Materialien mehr, um das alles die ganze Zeit auszubessern. Ja, du hast doch jetzt, du hast jetzt einen billigen Hilfsarbeiter im Day. Ich hab gerade übrigens gemerkt, ich hab meine Aufnahme nicht gestartet gehabt, deswegen wird von mir ungefähr 30 Sekunden verzögert losgehen. Ah, ei, ei, ei. Was brauchst du denn, Kadi? Ich brauche Steine, ich brauche Dreck, ich brauche Birkenhecken und ich brauche Glas. Und Steine. Und Holzbretter, aber unbehandeltes Eichenholz. Das ist das ganz normale, was du so abbauen kannst. Cobblestone. Ja. Und wir brauchen noch wieder zwei von diesem komischen gebrannten Zeug, von dem ich keine Ahnung habe, was es ist. Oh, ich brauche fünf Glas brauche ich noch. Ja, da schmeiß ich mal was in den Buch rein. Ich habe gerade, keine Ahnung, 300 Sand gesammelt. Oh, ich brauche auch mal wieder Glas und sowas, aber ich bräuchte auch Glowstone, aber dafür muss ich wieder in die Hölle. Das ist zu gefährlich. Vor allem bei unserem Supereingang. Habe ich nirgendwo mehr unbehandeltes Eichenholz? Nee. Das ist doch nicht fünf Millionen Tonnen von... Das ist Birkenholz gewesen. Du brauchst Eiche und Birke. Nee, ich brauche nur Eiche. Eiche habe ich manchmal. Ja, das ist kein Ding, da kann ich fix hier hinten eine fällen. Ich habe alles da. Ich kann alles besorgen. Schwarzeiche oder normale Eiche? Äh, es gibt Schwarzeichen? Vielleicht heißt die bei mir im Textradpack auch nur so. Also bei mir heißt es einfach nur Eichenholz. Aber es passt schon, davon brauche ich jetzt gerade keins. Das habe ich mir schon geholt. Wichtiger ist dieser komische Stein, von dem keiner irgendwie ne Ahnung hat, wie man den baut. Davon brauchen wir mittlerweile vier Stück. Wenn du noch ein paar Creeper dort in die Luft jagst, dann brauchst du bald gar keinen mehr. Da kannst du aber anderen Steine. Außerdem war das der einzige Creeper, den ich da in die Luft gejagt habe. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass du da die ganze Zeit welche in die Luft jagst. Was sagt die Kali, ich finde selber. Ja, andauernd irgendwer anderes. Mal ich, mal ist es Fabi gewesen. Was, 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 was? Ja, du hast das auch schon einmal fabriziert, ist aber schon länger her. Du hast einfach so eine Küper vor solch der Gegend. Ja. Das ist ja aber für echt schlimm. Steinziegel. Du müsstest einfach mal einen davon abbauen, Kali, stimmt ja, und dann siehst du ja, was es ist, von den Steinen, die dort drin sind. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Macht's eigentlich, ob sie mir die ganze Zeit nicht drauf gekommen sind. Steinstufen? Vielleicht sind wir zwei Stufen übereinander. Setz dich mal da rein. Ja. Ah. Na toll. Jetzt habe ich alles, alle meine Sachen umgebaut. Etch. Ähm, joa. Das heißt, die Teile brennen und dann... Ah. Ich bin unterwegs. Ich muss jetzt erstmal wieder Zäune herstellen. Da habe ich mir extra eben jede Menge was von meinem Birkenholz genommen. Ich habe gerade verlernt, wie man Zäune baut. Verdammt... Sticks, 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 Sticks. Ja, ich sollte erstmal Sticks bauen. Ich habe nämlich vergessen, Sticks zu bauen und wollte direkt den Zaun aus Holzblöcken bauen. Ja. Ja. So, jetzt dann... So, jetzt dann... Ja, den Rest habe ich dann gleich ein. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ja. Ich habe irgendwie eine Steinstufe. Keine Ahnung, wo ich die... Ah, die habe ich bestimmt eingesammelt von der Explosion. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich habe... Oh Gott! Oh Gottes Willen! Was denn? Mich hat... Da war... Woher auch immer ist eine Spinne in meinem Haus hinter mir hergehüpft. Jetzt habe ich gar nichts mehr an HP. Okay. Bist du tot? Ne, aber... Leben auch nicht mehr wirklich. Diese Schockmomente. Warum habe ich schwarzen Teppich in meinem Inventar? Den hast du wahrscheinlich bei mir mitgenommen oder so. Ja, aber ich weiß nicht warum. Ich brauche den ja gar nicht. Ah, du bist besser als brauchen. Dann ist er mir auf den Wasserfall runtergerutscht. Das kann natürlich auch sein. Aber ich brauche den nicht mehr. Dann wegwerfen. Ja. So, da. Zwei Steinstufen. Damit steht schon mal wieder die Leuchte. Jetzt muss ich davon noch ein paar herstellen. Ich lasse Telefone. Okay, das geht bis hier hin. Hm. Das ist die Frage. Das ist eigentlich passt das denn nicht. Das ist... Eins zu weit. Ach shit. Ich muss jetzt alles um eins versetzen. Oh Mann, ist meine Spitzhacke kaputt. Oh mein Gott. Jetzt muss ich es mit eiserner Hand machen. Mit eiserner Hand? Ah, ich habe keine Spitzhacke mehr. Ah. Ich habe ja auch kein Eisen und kein Stein und sowas. Ich muss halt wieder neues bauen hier unten. Also wenn jemand noch gebrannten Stein hätte, nehme ich gerne. Davon brauche ich nämlich noch jede Menge. Ich habe ein Eisen. Ja. Kannst du bei mir in die Dings gehen? Da habe ich, äh, die Öfen müssten voll liegen. Okay, schaue ich gleich mal. Ach, ich kann ja auch noch jede Menge Pflastersteine brennen. Ich komme rüber. Keinen Stress. Hm. So. Kann ich nämlich nachlegen. So, zwei Steinspitzhacken wenigstens noch. Ich muss mal fix... Boah, ich habe anderthalb Herzen. Das ist nicht mehr... Nee, also Schwarzeichenholz ist tatsächlich auch was anderes. Echt? Ja. Okay. Das war mir jetzt auch neu. Und ich habe auch so in meiner ganzen Holzkisse, habe ich nur Birkenholz oder Schwarzeiche. So, ich komme sofort. Ich muss ja noch was ausbessern. So. Ähm, und jetzt habe ich gar keine Steine mehr. Verdammt. Ja, komm rüber. Ja, aber es dämmert gerade. Da ist das nicht so... Ach, da läufst du schnell. Ich kann nicht schnell laufen ohne... ohne Ausdauer. Stimmt. Doof. Das ist mal, wenn du mal eine Zeit lang durchgeackert hast hier, dann hast du hier keine Buste mehr. Keine Buste? Also ich sollte auf jeden Fall mal meinen Eimer Wasser hier unten rein deponieren. Falls es mich jetzt doch gleich verratzt. So, kann ich nicht irgendwas essen, was ich dabei habe? Nö. Hm. Wie viel Weizen braucht man für ein Brot? Drei. Drei, dann habe ich genau drei. Eine Reihe durch. Ich will mir genau ein Brot essen. Hm, lecker. Toll, aber jetzt habe ich drei von diesen Herzen da, aber von den Hungerteilen, aber es bringt natürlich wenig. Ähm, hat der Thomas nicht noch Essen bei sich drin oder so? Bestimmt. Frag ihn doch mal nicht. Ähm. Den du einfach reingehst in sein Essen, Klaus. Hahaha. Es ist eine Notfallsituation. Das versteht jeder. Es geht im Hunger. Ja. Das ist, ähm, Mundraub. Das noch mein Feuerzeug hier. Und die Schere. Oh, ein bisschen Birkenlaube habe ich sogar noch. So, ich habe einen kaputten Bogen von einem Skelett gefunden. Also fast kaputt. Ich gehe jetzt glorreich hier nach draußen. Oh Gott, ich habe so Schiss jetzt. Ich werde so sterben. Warte, Cudi. Oh. Hallo, Cudi. Oh, da ist ein Sprungton gebaut. Ja. Gefällt der dir? Ähm, ich glaube schon, aber ich muss flitzen gerade. Ich muss dann nur noch eine... Oh, Creeper hinter mir. So natürlich diese Türen, die er hat, total scheiße für. Wer hat denn die... Ja, ja, aber irgendjemand hat sie mit dem Hebel aufgelassen, deswegen... war ich. Oh, das hat mir den Arsch gerettet. Aber hier ist Ofenkartoffeln drin und ganz viel Gehirn, ne? Gehirn, da kann ich die auch mit zuschmeißen. Ja, aber ist egal, die reichen ja völlig, um erstmal meiner... Um erstmal auf Maximum zu kommen. Damit ich hier ein bisschen HP denke. Oh, das ist ja tatsächlich ein Creeper vor der Tür. Ja, ja. Was darf die auch machen, die Tür? Ich versuche mit Pfeil und Fogen zu bekämpfen. Ja, ja, ich sehe dich da. Komme. Komm rein. Komm mit, ich begleite dich zu meiner Höhle. Ne, passt schon, ich habe jetzt genügend Gehirne. Passt schon. Das ist ja so ein fucking Baby-Zombie. Achso. Aber hier sind, glaube ich, auch noch übelziele Steine beim Thomas. Die brauchen die doch alle nicht. Nimm mir die weg. Ich habe auch total viel Platz damit zu geben. Ne, ich nehme hier die vom Thomas einfach mit. Die haben ja gesagt, die brauchen die überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht. Kohle könnte ich bei Gelegenheit auch mal gebrauchen. Ja, das ist denn der Thomas hier für ein Schwert drin. Rückstoß, Plünderung, Haltbarkeit. Ja, da habe ich mir schon überlegt, ob ich mir das mitnehme. What the fuck, ey. Ganz unauffällig, dass wir einen nicht verzauberst reinlegen. Tütütütütü. Der Creeper hier, der unter der Brücke ist. Irgendwann hüpft der mal hoch genug, dass er während du drüberläufst explodiert. Da war ich einfach tot. Gut. Fabi, da kommt ein Mini-Zong. Ich bin schon gewundert, was mich so anstöhnt. Aber Katja, man kommt auf den Sprungturm nicht nach oben. Ja, ja, das, ähm, wie baut man nochmal diese Leitern? Das baut man mit Sticks, oder? Sticks, 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 Sticks. Genau. Bestimmt. So wie man alles baut. Ja, hab's. Sticks, 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 Sticks. Es war schon Sticks, 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 Sticks. Genau. Hey! He he! Mach meine, mach meine Wand auf! Welche Wand? Ich seh' nicht. Boah! Hey! Mach auf! Lass mich rein! Lass mich rein! Lass mich rein! Lass mich rein! Du Schuftiger Schuft! Ah, jetzt ist zu. So. Du bist nicht. Hier. Ich will hier noch weiter bauen. Achso, bist du schon drin gewesen? Ja, ich bin da nicht vorbeigelaufen, hast du nicht gesehen? Ich will einen Wellengenerator in dem Becken. Wir brauchen einen Unterwasser-Creeper. Einen Unterwasser-Creeper? Wuii! Hm. Was gibt's denn hier so Schönes zum mitnehmen? Du machst einfach einen Creeper runter, dann machst du eine Arschbombe und dann explodiert das Becken. Wobei, das geht ja dann sogar, weil unter Wasser ist ja die Explosion nicht so. Nee, war nicht. Ja. Popo hat den kleinen Unit. Das hau ich jetzt da rein und da hab ich ja auch noch Sticks. Vielleicht könnte ich, wie sieht denn das aus, wenn ich da noch Zäune drumrum baue. Das reicht sogar noch, was ich hab. Moment. Davor sollte ich mir noch eine Axt bauen. Hm. Oh. Der ist irgendwie außen runter gefallen. Das ist richtig. Hm. Hm. Ähm. Dann hätte ich mal noch ein Gehirn. Vielleicht fällt mir deine bessere Idee eigentlich, dass ich das hier baue. Hey. Assassin. Du hast mich mit einem Zaun, ich hab dich nur mit einem Pfeil ge- Pfff. Ein Zaun macht ja garantiert auch mehr Schaden als ein Pfeil. Kann ich auch. Spinnauge. Ihhh. Dich hat eine Spinne berührt, die hat eine Spinne berührt. Mann. Guck mal was ich kann. Warte. Zack. Was? Hm. Hat einen Trank genommen. Und jetzt? Es hat irgendwie lustige Geräusche gemacht. Genau, das war mein Ziel. Kohle, Kohle, brauchst du Kohle? Ja, ich brauch Kohle. Du musst mitkommen. Boah. Folgen sie mir unauffällig. Ich glaub, das schaffen wir diese Folge nicht mehr. Doch. Ohne Witsch. Was? Wo? Oh ja, ich seh's ja auch, ja. Also bei, ich hab's über die gesehen. Ach, das waren mehrere. Wo sind die denn jetzt bei euch? Also bei mir ist gar keinen, ich geh schnell wieder ins Haus. Ich hol mir da mal einen Annetz die Kohle. Ich hab auch Kohle. Die mach ich noch... Oh, verdammt. Die mach ich noch kaputt. Wo sind die denn hin? Ich trau mich nicht raus. Hey, wo sind die denn hin? Die Bitches? Die Bitches, ähm... Die sind jetzt glaub ich bei Thomas und Domme im Haus. Ja, da steht da... Davon läuft einer. Ne, nicht im Haus. Ja, ich seh's ja davor stehen. Oh! Fein und Bogen werd' ich geschossen. Das bist du! Ich hab's ja getroffen. Ich hab's ja getroffen. Ich hab's ja getroffen. Ich hab's ja getroffen. Der Day brennt mit irgendwie... Advent, Advent, der Day, der brennt. Ein halbes Leben, ne? Ich hab's ja umgebracht. Ich hab's ja gewinnt. Ja. Vergiftet und verletzt einsam. Geil. Das wird Level 49 vergiftet. Kann ich schon mal? Ich glaub hier oben fehlt bei dir Holz. Am Dach. Äh, ja stimmt. Das muss ich noch wieder reinsetzen. Weggebamst. Weggebamst. Äh... Hattest du eigentlich die, äh... Mühle angefangen da hinten? Ne. Ich ne. Das war ein Kumpel von Thomas und Domme. Der aber nicht im Let's Playment machen wollte. Und deswegen haben wir ihm hier keine Baumerlaubnis genehmigt. Aha. Aha. Aber ein Schuft. Ja. Ja. Ah, die Spinne! Ups. Verdammt, ich hab den Teppich zerhackt. Es gibt doch nix fieseres als so ne Spring Bitch, ne? Das ist ja... Ne, wenn immer wieder ne Spinne irgendwie von der Decke fällt. Und? Weil die ja so viel Schaden machen. Ja, das ist nervig. Warum hast du eigentlich einen Mann, der einen Creeper umarmt und über dein Bett hängt? Ich? Nein, ich... Das ist ein Penis. Bei mir ist das aber nicht so was. Bei mir ist das... Mann! Genau, bei dir ist das ein Mann. Der hat einen Penis umarmt. Nein! Bei mir ist das... Ich hab ja das Chroma Hills... Du magst Creeper, oder? Überall Creeper-Bilder. Ich hab ein... Ich hab... Bei mir ist das das Chroma Hills Pack und bei mir ist das über dem Bett zum Beispiel eine Landkarte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Mann! Das ist immer... Man nennt immer noch mal ein Kerl, der seinen Penis umarmt. Ganz klar. Das ist aber sehr ungesund, wenn da jemand einen grünen Penis hat. Ja, weil er ihn so fest umarmt hat. Wäre er dann nicht blau? Oder rot? Blau-Grün. Also... Oh, du hast... Du hast ein... Was hast du denn für einen Typen bei dir? Mit einer Goldrüstung? Oder ein Skelett mit Goldrüstung? Ja, das ist mein Stalker. Der macht mir immer Goldgeschenke. Ich hab ihn getötet. Nein! Krieg ich kein Gold mehr! Das ist richtig. So... Ähm... Oh, der hat auch ein Goldharnisch fallen lassen. Nice! Hat er ja keine gegeben. Er hat ja noch gar keine Rüstung an, glaube ich. Haben ich nicht? Doch, ich hatte mal eine an. Ich hab noch ein Goldharnisch in der Kiste liegen irgendwo. Willst du noch einen haben? Ne, das passt schon so. Aber danke. Du nimmst das jetzt. Oh, der David ein neuer Stalker werden. Jetzt weiß ich wieder, warum ich Teppich hatte. Damit wollte ich die Badelaken ins Freibad machen. Stimmt. Dankeschön. Ich musste in Deutschland Farben machen. Mach schwarz, rot, gelb. Das wird dann viel zu breit. Wieso? Einfach nur eine... Ein schwarzer Fleck. Ein... Einfach nur vier Flecken so. Äh, drei. Vier. Kennt ja jeder. Oh, mein... Mein Diamantenhelm ist kaputt. Ja. Muss ich mich da wohl mal auf den Weg machen, um einen neuen zu craften. So, erstmal benutze ich hier diesen grandiosen Sprungturm. Yay. Das ist aber kein besonders guter Sprung. Tut mir leid. Warte mal, warte mal. Ich mach jetzt mal, äh... Hättest du dir ruhig ein bisschen mehr Mühe geben können. Yay. Ich will nicht wissen, ob wir jetzt von der Seite auch was gesehen können. Warte mal, ich will es auch noch mal sehen. Lass du mal sehen, was ich mache. Ah, runtergefallen. Anderkotz. So. Moment. Und? Oh... Ähm... 6,5. Ich hab' da... Maus und für den Teil auf Phypa-Speed eingestellt. Naja. Sag' wir mal... 3,0. Was? Oh, verdammt. Ich hab' ich gerade ausgucken. Ich glaub' wir müssen dann noch die Folge beenden, denn ich muss ja noch Sachen kaufen gehen. Stimmt. Oh, das war schon eine 2,0. Ne. Und das war schon eine 2,0 von 6, wie viel runter? Also Fabi, das üben wir nochmal mit der Punktvergabe. Hallo. Ich könnte auch gerne deine Punkte nochmal abziehen. Warum? Bin ich der Imbiss oder du? Äh... Der was? Der Imbiss. Der Imbiss? Warum der Imbiss? Du bist der Imbiss. Du bist der Imbiss. Komm, spring, spring, spring! Noch einmal! Yay! Okay, ähm... Und mit diesem wunderschönen Sprung ins... Aua! Kalte Nassitz! Gehst du von mir weg hier? Aua! Ich hab' nur noch ein Herz übrig. Sind wir lustig? Wir müssen zum Ende der Folge. Da hätte ich dich umgebracht. Zum Ende der Folge, oder? Ja, genau. Zum Ende der Folge. Es wird nämlich jetzt wirklich Zeit. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich musste noch ne Hose anziehen. Na. Bis dann! Warte, ich muss mal grad nachgucken. Stimmt! Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Tschödelü!